Hallo. Schönen guten Tag, ähm, wir wollten sie nicht stören. Ihr Sohn ist ein fucking Retard. Telefonier ruhig weiter. Telefonier ruhig weiter. Schließlich ist es kein Zap, die durfte gar nicht mit dir reden. Loot-Job? Wir sind am Loot-Job? Wo ist der? Oh, Baby! Der anderechste! Wow! Auto? Hinter uns Auto. halem... ... ... ... ... ... DAN HALAGE. ... ... ... ... ... ... Keine Mets. Holy shit, man! Keine Mets gehabt. Oh, fuck. Ich war einfach auf der Trakt, hier kriegst du kein Damage, du Trottel. Oh, das ist doof. Neue Regel, kein Pilot darf jetzt einfach rausspringen. Ey, was ist denn mit dir? Komm mal rüber. Ey, siehst du das bei mir, Marcel? Was denn? Guck mal, siehst du das? Er fliegt, er fliegt bei mir. Digger, das sieht so witz. Ey, ich brauch einmal bitte davon, Clip. Er fliegt. Ey, Max, wo ist denn das andere Flugzeug? Und dann geht's eine Stelle, er geht so. Ich hebe mich noch. Was, was, was war das? Was war das? Was, was war das, Digger? Ich hab zu viel Weg MediNight gesoffen und lag zwei Tage mit Kotzerei, Dünnpfiff und allem möglichen Flach, Digger. Hab vier Kilo, fünf Kilo abgenommen in zwei Tagen, Digger. Weil ich aus jedem Loch Wasser, äh, Wasserhahn, Digger. Ich hab gekotzt und dann kam aus meinem Arschloch Wasserstrahl, Digger. Gekotzt, Wasserstrahl. Egal, was ich gegessen hab. Ich hab ein Liter Wasser getrunken, halbe Stunde später hab ich das Liter Wasser aus meinem Arsch, äh, also... Sprachenlernen, Bubble. ...und den Liter Wasser aus meinem Arschloch wieder rausgespritzt, Digger. Als wenn ich mit einer Wasserpistole rausschieß. Ganz schlimm, Digger. Will ich nie wieder haben, Bruder. Digger, wieso geht dieses scheiß Ding nicht auf? Mann! Ach so, dass es so laut ist. Ja, ich rastge gleich aus. Scheiß Kaugummi-Packung. Aaaaaah! Boah! Bruder, Alter. Laser. Oh, ganz böse, Digger. Ah. Hey Siri, du geile Sau. Stell mir nen Timer auf eine Stunde. Dein Timer ist auf eine Stunde gestellt. Ich hab vergessen, dass ich mein Siri auf männlich umgestellt hab. Da war ja was. Waffe, Dackel, Hermann. Ich brauch Hilfe. Mayday, Mayday. Geht noch unter mir. Hallo. Kamikaze. Yo. What? Alter, was? Junge. Alter. Seine Leiche ist zerfetzt. Das ist die erste Leiche in Fortnite. No joke. Was ist der Zinnis Vater von deinem Beruf? Also erstmal, warum steht Beruf in Anführungsstrichen? Und zweitens, so wie jeder normale Mensch denkt ja, dass es komplette Katastrophe ist. Woge. Und zweitens, wie Gott. Und zweitens, das ist ein Dennis由.